Jo Leute, was geht denn? Willkommen zu einem, ja, mal ganz anderen Video, kein Song, kein Musikvideo, nix, äh, sonstiges. Ich wollte heute einfach mal ein bisschen Transparenz zeigen, weil ihr kennt das wahrscheinlich. Bei Live-Auftreten ist Autotune drauf, bei Aufnahmen ist ohnehin immer Autotune drauf, bei vielen Rappern richtig krass, also dass sie sich nicht verloggen können, aber bei vielen Popmusikern zum Beispiel, äh, wird halt mit Melodyne oft nachgeholfen, so. Und ja, ich wollte heute einfach mal, äh, ein bisschen transparent sein und, ähm, ja, einfach mal, äh, zeigen, wie meine Stimme unbearbeitet klingt, beziehungsweise ich werde hier nur ein bisschen EQ drauf packen und so weiter und ein bisschen Kompressor, ansonsten ist die Tonhöhe genau meine reelle Stimme. Und ja, ich wollte halt einfach mal zeigen, wie ich halt ohne Effekte klinge, damit ihr mal wisst, wie viel da eigentlich immer noch dazu kommt. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit was von Justin Bieber, ich weiß, es werden alle hätten, äh, Justin Bieber, aber egal. Und, ähm, ja. Ja. Ähm, ja, was könnte man denn noch machen? Also, ähm, jetzt, genau, jetzt fällt mir natürlich kein Song von mir ein, Alter. Äh, mal eben das Handy, äh, um Rat zu bitten, mal gucken, ob ich hier irgendeinen Text habe, damit ich mal kurz rappen kann, damit man mal meinen Rap ohne, äh, Autotune hören kann. Ähm. Ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, das ist unglaublich so, äh, Vorbereitung ist on top, Alter. Das wird echt nur ein Test sein, ich weiß nicht, ob ich das öfters mal machen werde, aber ich, äh, denke mal nicht. Ich will gerade irgendeinen Song, den ich schon hochgeladen habe. Ah, genau. Harmonix, Harmonie, Part 2, den könnte ich machen, wenn ich den scheiß Text hin würde, da. Mein ganzes Leben ist eine Harmonie, ich bin ein Star, so wie Buddha, der erleuchtet ist. Karma ist im Positiven, weil ich von dich bin, frau, 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 und ich bin, ja, so habe ich das gemacht, halt mit diesem Kielkopfanschlag. Äh. Ja, ich finde meine goldene Mitte, denn ich spitte die Silben, ich bin young zu dem Spirit. Diese Szene ist ein einziges Disappointment, ich bin nicht gläubig, aber merke ja, sie sind nicht freundlich. Äh. So. Die Dunkelheit kann nicht über mich siegen, doch ich muss stark bleiben, sonst wird sie mich doch kriegen. Guck nach vorn, leben schön und bin zufrieden. Kein Mensch ist schlecht, doch fangt an zu lieben. Niemand kann mich ändern, nein. Ähm, ja. Ähm. And I only get one time. Was gibt's noch, was kann man denn noch so machen? Ähm. Ähm, all of me, genau. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all, all of me. And you give me all, all of you. Oh. Ja, Leute, das war's eigentlich auch schon. Ich wollte einfach mal halt zeigen, so, yo. Äh. Ich bin genauso wie jeder andere Künstler auch. Es gibt Töne, die ich überhaupt nicht treffe. Es gibt Töne, die treffe ich einigermaßen. Es gibt Töne, die direkt treffe ich gut, so. Und, äh. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich würde sagen, Like da lassen. Abo, wenn's euch gefallen hat. Und, ja, bald kommen auch wieder nice Songs, so. Äh, es wird bald noch eine EP wahrscheinlich irgendwann kommen. Ich werde aber noch keine genauen Daten raushauen. Es wird noch eine andere EP mit anderen Typen rauskommen. Äh, ja, dann auf dem anderen Kanal kommt bald noch eine Battle-Runde online. Also, ey, es passiert echt viel. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Ciao.